Bittgebet beim Schließen der Augen des Verstorbenen. O Allah, vergib dem so und so. Hier wird der Name des Verstorbenen genannt. Erhebe seinen Rang unter den Rechtgeleiteten. Ersetze ihn durch einen Nachfolger bei seinen Hinterbliebenen. Vergib uns und ihm, o Herr der Welten. Erweitere ihm sein Grab und erleuchte es ihm mit Licht. President Beub den Brechner inエkosos Kapitänung. Von seiner und meinem Brot über joggeteys suntem. Vielen Dank.